Willkommen zurück zu The Cat Lady. Letztes Mal war es ein bisschen traurig, aber wir sind immer noch im Gespräch zwischen Susan und Miezi und nachdem jetzt Miezi erzählt hat, wie es mit ihrem Freund ging oder wie der gestorben ist und dass sie das nicht aufhalten konnte, da der ja Selbstmord begangen hat, kann Susan halt jetzt antworten. Tut mir leid, ich glaube, jetzt verstehe ich. Da waren Zettel an den Autofenstern. Wie stark ist dieses Gas? Da waren Zettel an den Autofenstern? Und das ist nicht der Punkt. Die Idee ist, dass ich willig und mit einer klaren Meinung sterbe, um es zu vorbereiten, um es zu ermöglichen. Jesus. Du denkst, dass die Polizei das ganze Ding unterscheiden würde. Das klingt fast wie ein Sekt. Dieser Mann weiß, wie zu schlafen. Die Polizei kann nicht beobachtet, um einen Effekt zu machen. Es dauerte mir drei Monate, um ihn zu schrauben. Jetzt bin ich endlich so nah, dass ich den Scheiß riechen kann. Ach, den sucht sie dann wahrscheinlich jetzt hier in dem Haus, ne? Der Typ, der das Ganze arrangiert. Tut mir leid, ich glaube, jetzt verstehe ich. Wie stark ist dieses Gas? Also will man das überhaupt wissen? Ich sag mal, tut mir leid, ich glaube, jetzt verstehe ich. Ich bin so sorry. Ich denke, jetzt verstehe ich. Er liebte dich so sehr. Er liebte dich. Er liebte dich so sehr. Er liebte dich nicht. Er liebte dich nicht ohne dich. Und der Typ, der Eye von Adam. Ich bin nicht froh, dass du ihn möchtest möchtest. Ich weiß, ich würde. Ich bin nicht sicher, ob ich sollte, dass du nur zu sprechen möchtest. Aber hey, das ist nichts von mir zu tun. Ich würde nicht wissen, was ich würde, wenn das passiert. Gut zu wissen. Aber ich möchte einfach nur reden. Ich möchte, dass Jack's killer und was er getan hat. Ich möchte, dass er mir das gemacht hat. Ich weiß, dass er wirklich wo er ist. Er hat mich tatsächlich erzählt, wo er wohnt. Er möchte mich. Würdest du das? Warum? Well, this kind of thing he does is called trolling on the internet. It's usually a form of extreme bullying and psychological cruelty. Those who are clever enough say, don't feed the troll. Don't talk to them. It only makes it worse if you show any interest in them at all. He wouldn't believe me at first. He's a hungry troll who wants to devour as many hearts as he can get a hold of. I emailed him and told him I was a massive fan who loves his work. He wouldn't believe me at first. But trolls are always hungry. And I was prepared to serve him a meal fit for a king. What do you mean? I fed him so much bullshit that he really believed I'm a suicide preacher just like him. Great. I wish he'd given you his door number though. It's all a part of some sick game he's playing. Sooner or later. I'll find him. Boah, sehr, sehr spannend. Echt mega krass, dass sich das jetzt auch noch in diese Richtung entwickelt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das schon nach den ersten drei Minuten diesen Parts. Boah, krass. Ähm, was sind die zwei chemischen Produkte? Wie stark ist dieses Gas? Wir sollen da unbedingt nachfragen, ne? Wie stark ist dieses Gas? Dann frage ich eben jetzt danach. Was sind die zwei chemischen Produkte? Was sind die zwei chemischen Produkte? Was sind die zwei chemischen Produkte? Ist das es? No, Miss Hodgeworth. No, I didn't mean it like that. Okay. Maybe to some extent. Just replace maniac with victim and fucking with recovering. Zurückwürdig. Du hast nur kurz zurückgekehrt vom Krankenhaus. Alles was es war, was dich tun hat. Du sprichst, dass du es möglich bist. Ich kenne dich nicht lange genug, um dir zu erzählen, ob du es jetzt komplett vorbei bist. Und das letzte, was ich will, ist, dir stupide Ideen zu geben. Es wäre so, wie das das Eye of Adam macht. Ich würde mich nie vergleichen, wenn dir nichts zu dir passiert. Ich meine, wie könnte ich das? Ich habe meine Lektion gelernt. Sterben ist nichts für mich. Die, die sterben wollen, finden immer einen Weg, es zu tun. Hm. Ich möchte da gerade nichts versprechen, weil ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung sich Susan eigentlich noch entwickeln wird. Ich weiß gerade nicht, kann ich ja schwer beurteilen, was so in ihr gerade vorgeht. Ich weiß auch immer noch nicht, was das letzte war. Ob das jetzt so ein Traum nur wieder war oder so. Oder, weiß nicht, ja, Traum, irgendeine Einbildung. Oder, ob das wirklich passiert ist. Oder, ich weiß nicht, ob wir alle hier in so verschiedenen surrealen Welten jetzt gerade leben. Ich kapiere es noch nicht ganz. Ich habe meine Lektion gelernt. Sterben ist nichts für mich. Ich wünsche mir für Susan, dass es eigentlich so ist. Die, die sterben wollen, finden immer einen Weg, es zu tun. So, es ist halt leider so. Die, die sterben wollen, finden immer einen Weg, es zu tun. Ich würde sehr gerne glauben, Frau Ashworth. Aber ich will, dass Sie mich nicht versuchen, dass Sie das nicht versuchen. All right. Ich kann sagen, dass Sie das nicht versuchen, dieses Methoden. Oder auch andere Methoden, für das matter. Been da, done that. Ich habe nicht viel Spaß gemacht. Sie glauben mir jetzt? Ja. Ich denke, ich bin. Gut. Ich bin froh, dass du das gesagt hast. Ja, das ist gut, aber so hat sie es selber gesagt. Und das ist mir wichtig. Warum sind wir jetzt wieder hier? Warum sind wir jetzt wieder an diesem Ort? Wie kann das denn sein? Nein. Also, sie erzählt ihr gerade eine heftige Methode, wie man sich töten kann. Und dann sind wir auf einmal wieder hier. Können wir die Treppe hochgehen? Katzengreifer. Ich nehme den mal. Könnte eine Mordwaffe werden? Weiß man ja nicht. Untersuchen. Von der anderen Seite der Tür kommen seltsame Geräusche. Oha. Ähm. Ähm. Ich werde mich da mal reinschleichen. Oh oh. Da sitzt der Arsch. Der absolute Arsch. Okay. Ich gehe nochmal erstmal hier lang. Ich gehe mal die Treppe und kletter die hoch. Ich will wissen, was da ist. Da ist eine Kellertür. Radio untersuchen. Solche werden gar nicht mehr gebaut. Fenster. Alles, was ich sehe, ist der Nebel. Ich könnte nie den Heimweg finden. Sofa. Nein. Ich setze mich nicht jetzt auf das Sofa. Fenster. Oh Gott. Jetzt sind wir in dem Haus der Irren. Scheiße. Ich schalte... Nein. Ich lasse die Lampe. mal aus. Ich weiß nämlich nicht, was hier kommt. Da kommt gerade jemand runter, ne? Ah. Kommt da gerade jemand runter? Oh, ich habe echt Schiss hier. Mach mal die Lampe ein. Nichts passiert. Braucht eine neue Glühbirne. Ich sollte mich nach einer umsehen. Okay. Nichts passiert. Auch hier braucht sie eine neue Lampe. Eine Glühbirne. Okay. Oh, ich habe echt Schiss hier in diesem Haus, weil hier voll die Irren wohnen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich den Typen da unten töten soll. Oder... Weiß auch nicht. Was finden wir hier noch? Küchentür. Was haben wir hier in der Küche? Ist hier die Irre? Leere Weinflaschen. Sie trinken gerne mal etwas. Es gibt nichts Besseres als ein schöner Rotwein mit deinem medium gebratenen Katzensteak. Ja. Hier kocht sie. Dreckige Pfannen stinken immer noch nach altem Katzeneintopf. Oh, ist das abartig. Oh, ich kann ein Messer nehmen. Nimm bloß das Messer bitte mit. Ja. Schleimig. Ich glaube nicht, dass sie oft abwäscht. Es ist so eklig hier. Ich öffne mal den Kühlschrank. Die Tür klemmt. Das ist vielleicht auch besser. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was drinnen ist. Nee, das glaube ich. Wo ist sie? Ist sie nicht hier nebenan? Ich habe echt ein bisschen Angst hier. Was untersuchen das Gemälde? Ein kleines Gemälde. Gemälde eines Straßenverkaufsstands bei Nacht. Versteck dich. Oh ja. Ich muss mich momentan nicht verstecken. Oh Gott, wir können uns hier verstecken. Wir können uns da verstecken. Was sieht sie da? Da ist eine Kiste. Karton. Oh oh. Wie merkwürdig, oder? Wie kann das sein, dass wir jetzt wieder hier sind? Jetzt sind wir wieder zurück. Und haben die Bleiche. Was ist mit den Katzen? Wird denen was angetan? Was ist mit den Katzen? Was ist mit den Katzen? Wird denen was angetan? Bitte, bitte, bitte nicht. Da kriege ich ein Rappel, wenn die Tieren was angetan wird. Und dann töte ich die. Das wäre mir scheißegal. Boah, die dürfen denen nicht wehtun. Bitte nicht. Treppenhaus. Erdgeschoss. Wir gehen mal ins Erdgeschoss. Ich will mal wissen, ob das jetzt unten war. Erstmal nach unten gehen. Also wir sind zum ersten Mal auch in diesem Haus einfach, ne? Können uns hier Briefkasten öffnen. Keine Post für Susan Ashworth. Überraschung, Überraschung. Alle anderen Fächer sind abgeschlossen. Untersuchen. Ein gemeinsamer Briefkasten. Alle Briefe der Mieter werden hier in eigens abgeschlossenen Fächern aufbewahrt. Aha. Jetzt sind wir mal draußen. Ich will jetzt mal wissen, ob hier was ist. Können wir gehen? Und sie dreht sich irgendwie selber gerade, glaube ich. Oder? Oder? Ne, ich mach das, aber... Aber sie kann irgendwie nicht gehen. Können wir gehen? Na, das macht ja keinen Sinn hier gerade. Hallo. Dann geh ich wieder zurück? Oder was mach ich jetzt? Hä? Sie reagiert irgendwie gar nicht. Ah, jetzt! Huch. Was ist mit ihr denn los? Hallo Susan. Alles okay mit dir? Aha. Voll langsam. Alles okay, Susan. Susan. Kannst du gehen? Oder eher nicht so? Na, das läuft ja etwas schwerfällig. Okay, das Bild stockt gerade richtig. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Na? Hey? Spiel? Ja, ich weiß zwar nicht, was los ist. Aber ich glaube, wir werden jetzt leider damit leben müssen. Weil ich habe gespeichert und bin einmal raus aus dem Spiel und wieder rein. Und es ist trotzdem so. Es muss irgendwas... Weiß ich nicht. Irgendwas baut sich da ganz komisch gerade auf. Es ist auch komisch, wenn sie so langsam gehen soll. Aber ich laufe jetzt einfach mal so weiter und gucke mal, ob das Bild sich einfach wieder von alleine irgendwann bessert oder so. Also auf meinem Rechner ist jetzt nichts. Es läuft alles wie gehabt gut und da läuft jetzt kein Programm oder so. Ganz komisch. Weiß nicht, was hier los ist gerade. Aber hier ist echt mega Nebel. Also ich weiß nicht, ob wir hier gerade überhaupt hingehen sollten. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, das wäre draußen. Also ich dachte, das wäre vielleicht besser so. Aber nicht, dass hier jetzt was passiert. Das wäre echt scheiße. Was ist hier? Da kommt ein Auto. Wollen wir Angst haben, dass hier ein Auto gerade noch vorbeifährt oder was? Ich gehe einfach mal weiter nach rechts so. Das Auto fährt vorbei. Ich checke es gerade nicht. Achso, weiter geht sie aber auch nicht, ne? Okay, wir können nicht weitergehen. Aber es war irgendwie wichtig, dass hier das Auto vorbeifährt. Vielleicht war das ja der Typ aus dem Haus, den, ähm, Dingen sich Miezi sucht. Ich hoffe auch, dass in der Zeit, wo wir jetzt hier nach dem Katzengeschrei gucken, dass sie da oben nicht irgendwie, dass ja, dass hier halt nichts passiert oder so. Es wäre halt auch echt blöd. Und ich kann ja die Zeit hier nutzen zum Reden. Aber das muss man sich halt auch mal vorstellen. Also eine, ja, das ist ja schon, wie Susan meinte, das ist wie eine Sekte so für mich jetzt auch. Also wie, wie, wie kann man denn Leute anstiften, sich umzubringen? Also es ist irgendwie, ähm, ist ja auch total anmaßend, dass das, ich meine, klar, jeder entscheidet das für sich selber so. Aber es ist ja schon schlimm genug, wenn das eine Person für sich alleine entscheidet, so. Aber dass man andere auch noch dazu anstachelt, das ist ja auch heftig so. Also den halt den Gedanken einzupflanzen, hey, ähm, ja, dein Leben ist sowieso nichts wert und es ist eine viel bessere Lösung, wenn du dich jetzt irgendwie hier vergast. Also den Mut muss man ja auch erst mal haben. Also ich, ähm, ich weiß nicht. Diese Menschen haben halt dann wirklich, sehen keinen Ausweg mehr, sodass sie halt echt denken, das ist das Einzige, was sie noch machen können. Aber ich glaube, mit gesundem Menschenverstand lässt sich sowas auch immer nicht so erklären. Ich denke mir nur immer, oh Gott, äh, wie viel Mut muss man bitte auch dazu haben? Also auch, auch auf andere Arten sich natürlich zu töten, finde ich total krass. Ja, aber wie gesagt, das liegt natürlich dann auch daran, dass man dann schon ein bisschen krank ist, dass man einfach verzweifelt ist, dass man einfach schon so depressiv und kaputt ist oder so, dass man das als einzige Möglichkeit sieht. Also was ist denn jetzt hier schon wieder? Warum? Nein! Was macht der denn hier? Also ist das doch der Nachbar. Nicht der, ey! Du Arsch! Du Arsch! 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 Boah, scheiße! Und wir haben aber auch, diese ganzen Sachen in unserem Inventar sind gar nicht mehr da. Was mache ich denn jetzt mit dem Typen? Reden die jetzt noch? Bewegen die sich noch? Ich kann gerade irgendwie nichts machen. Hallo? Ich habe echt... Ich kann, wenn ich diesen Kerl sehe und höre, ey. Kriege ich Aggression. So, was ist hier jetzt? Susan... Ach, er redet noch. Ja, red mal schneller. Wenn ich dich töten kann. Aber wir haben ja nichts. Wir haben das Messer nicht mehr, wir haben die komische Bleiche nicht mehr. Es ist irgendwie... Und dass ihr die dann auch auf einmal hatte und dann sind wir wieder... Ja, klar. Positiv denken, du. Bei dir ist doch schon Hopfen und Malz im Hirn verloren. Ja, wir warten dann mal ein paar Stunden, bis du weiterredest, du Bastard. Ja, erzähl mir noch einen, komm. Äh, das geht sie nichts an. Nee, bin ich nicht. Mhm. Mhm. Wir... Nein! Du bist der Katzenbastard. Ich wusste es. Also hat der Nachbar angerufen und jetzt kommt der. Die Frage ist nur... Ja, ist das... Also wenn das alles nur in ihrem Kopf passiert ist, dieses, was der Typ gemacht hat... Ja, ja. Ja. Ist er dann das wirklich? Also ist er halt wirklich dieser Mörder, dieser Psychopath oder war das nur eine Einbildung und wir tun ihm dann irgendwann unschuldig weh, obwohl er ja gar nichts gemacht hat? So für uns als Zuschauer ist das halt jetzt voll der Mistkerl. Die Frage ist nur, ist das alles wirklich passiert? Jetzt haben wir wieder auch unsere Sachen. Und ich wette, wir stehen irgendwann wie vor der Entscheidung. Und jetzt läuft das Spiel auch wieder normal. Wie merkwürdig, oder? Draußen bei diesem Nebel funktioniert das Spiel nicht. Also daran sieht man, dass beim Rechner jetzt eigentlich alles okay ist. Stoffhetzen. Ich nehme mal einen. Was ist hier passiert? Schachtel. Untersuchen. Es müssen mindestens 20 Flaschen Bleich im Karton sein. Die haben wir ja schon. Was ist das jetzt hier für eine Tür? Wenn ich da jetzt reingehe? Es ist alles so krass hier. Untersuchen. Waschen Sie hier? Das Wasser sieht sehr seltsam aus. Wie eine Mischung aus Dreck, geschmolzenem Fett und Benzin. Rasenmäher. Was macht der in der Badewanne? Er ist total verrossen bedeckt mit Schleim. Ey, das ist so ein kranker Scheiß. Hier ist eine Leiche drin. Schau genauer. Badewanne. Untersuche Badewanne. Das Wasser ist absolut eklig. Der Geruch allein lässt mich würgen. Und untersuche Leiche. Krass, ey. Nimm den Schlüssel. Auf keinen Fall stecke ich meine Hand in das Wasser. Um an den Schlüssel zu kommen, müsste ich auch diese Person berühren. Ich habe schon viele Leiche in meinem Leben gesehen. Aber diese hier ist definitiv die gruseligste von allen. Auf keinen Fall stecke ich meine Hand in das Wasser. Außerdem scheint es, als ob das Stöpst direkt unter dem Kopf des Toten ist. Okay. Können wir dann was anderes nehmen? Den Katzengreifer zum Beispiel. Ich finde sicher eine bessere Verwendung dafür. Ach ja? Damit haben sie Katzen gejagt. Ich dachte, diesen Greifer wären schon lange verboten. Ja, ich hasse sowas. Ey, das ist so gemein. Was kann ich denn dann nehmen? Den Stoff fetzen? Hm. Die Bleiche? Das wäre ja auch komisch. Gießen? Nein, nicht hier. Ähm. Was kann man denn da mal machen? Also den nicht? Ja, weil der war ja so zum Greifen praktisch gewesen für den Schlüssel, oder? Was? Hütte oder Hüte? Untersuche. Ein Gartenhaus. Mir gefällt gar nicht, wie es aussieht. Hüte. Hüte. Hütte. Spähe hinein. Oh nein. Guck mal. Bleib und beobachte. Schau dich im Raum um. Stapelweise Fleisch. Könnte es auch menschlich sein? Ich könnte wahrscheinlich etwas Nützliches auf den Regalen finden, aber sie muss erst weggehen. Bleib und beobachte. Okay, wir gehen mal weg. Ich habe ein bisschen Angst hier. Ähm. Ich werde hier auch nochmal erstmal weggehen. Äh. Wenigstens wissen wir jetzt, wo sie ist. Ne? Die bearbeitet da das lecker Fleisch. Und von daher. Ich denke immer, ich muss mich verstecken. Ich höre immer die Geräusche und denke, ach du Scheiße. Soll ich jetzt das Bild nehmen? Was mache ich denn damit? Muss ich das vielleicht aber auch wieder ranhängen? Hier kann ich nichts mitnehmen. Ne, ich soll das anscheinend mitnehmen. Okay. Weiß man nicht warum. Aber okay. Es ist so gruselig. Es ist echt so gruselig hier. Und wie gesagt, das ist alles so... Lampe. Entferne die Glühbirne. Achso. Lamp ist an. Irgendwo ein Schalter. Äh. Vielleicht finden wir ja noch eine andere. Öffne die Uhr. Ja, als ob da jetzt ein Geheimgang drin versteckt wäre. Das kann gerne jemand anderes entdecken. Ich habe schon genug Probleme. Okay. Untersuche. Eine alte Standuhr. Sieht aus, als ob sie noch funktioniert. Okay. Und dann können wir wieder rausgehen. Aha. Okay. Was ist, wenn du jetzt die Treppe hochgehst? Weil ich wusste jetzt immer nicht... Da oben sind nur Schlafzimmer. Ich sollte lieber erstmal im Erdgeschoss bleiben. Achso. Deswegen. Ich wusste ja nicht, ob die da oben ist. Und die Birnen sind einfach zu heiß. Warum kann sie die dann nicht... Ach, vielleicht sind dafür die Schalter aber da. Komm, wir gehen nochmal in den Keller. Und dann benutzen wir vielleicht nochmal die Schalter oder so. Vielleicht sind die dafür da, um die Birnen oben an- und auszuschalten. Und dann können wir die Glühbirnen rausnehmen. Ja, das werde ich mal im nächsten Part versuchen. In diesem gruseligen Horrorhaus. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann.